Wie andere Viren befallen auch Retrovirenzellen und zwingen diese, weitere Retroviren zu produzieren. Das ist nur die erste Stufe des Angriffs. Zusätzlich nisten sich die Retroviren im Erbgut ein. Das passiert auch beim Menschen. Sie werden ein Teil von uns. Denn jetzt vererben wir das Virus an unsere Nachkommen. Doch nur wenige Viren schaffen das. Jedes Retrovirus in unserem Erbgut steht für unzählige gescheiterte Versuche anderer Viren. Wir Menschen und all unsere Vorfahren in der Evolution wurden über Millionen von Jahren von Retroviren angegriffen. Diese und andere Viren konnten sich in unserer Keimbahn verankern und machen immerhin 47% unserer DNA aus. Nur 2% legen unseren Körperaufbau fest und 51% steuern wie und wann Gene ausgelesen, also aktiviert werden. Wie andere Viren befallen auch Retrovirenzellen und zwingen diese, weitere Retroviren zu produzieren. Das ist nur die erste Stufe des Angriffs. Zusätzlich nisten sich die Retroviren im Erbgut ein. Das passiert auch beim Menschen. Sie werden ein Teil von uns. Denn jetzt vererben wir das Virus an unsere Nachkommen. Doch nur wenige Viren schaffen das. Jedes Retrovirus in unserem Erbgut steht für unzählige gescheiterte Versuche anderer Viren. Wir Menschen und all unsere Vorfahren in der Evolution wurden über Millionen von Jahren von Retroviren angegriffen. Diese und andere Viren konnten sich in unserer Keimbahn verankern und machen immerhin 47% unserer DNA aus. Nur 2% legen unseren Körperaufbau fest und 51% steuern wie und wann Gene ausgelesen, also aktiviert werden. Wie andere Viren befallen auch Retrovirenzellen und zwingen diese, weitere Retroviren zu produzieren. Das ist nur die erste Stufe des Angriffs. Zusätzlich nisten sich die Retroviren im Erbgut ein. Das passiert auch beim Menschen. Sie werden ein Teil von uns. Denn jetzt vererben wir das Virus an unsere Nachkommen. Doch nur wenige Viren schaffen das. Jedes Retrovirus in unserem Erbgut steht für unzählige gescheiterte Versuche, anderer Viren. Wir Menschen und all unsere Vorfahren in der Evolution wurden über Millionen von Jahren von Retroviren angegriffen. Diese und andere Viren konnten sich in unserer Keimbahn verankern und machen immerhin 47% unserer DNA aus. Nur 2% legen unseren Körperaufbau fest und 51% steuern wie und wann Gene ausgelesen, also aktiviert werden. Möckel Zurück . Möckel